Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zum aktuellen Transferreport der 1. und 2. Bundesliga. Es ist zwar nicht Sonntag, aber auch an einem Donnerstag können wir hier im Transferreport mal auf die aktuellsten News, fixen Deals und möglichen Transfers aus der 1. und 2. Liga drauf schauen, denn der Transfermarkt ist geöffnet und aktuell ist ja auch unglaublich viel los. Heute werfen wir mal einen Blick auf Schalke, Stuttgart, Bremen, Hertha und die Bayern. Aber auch auf alle weiteren Erst- und Zweitligisten, wo die letzten Tage so ein bisschen was passiert ist und wo eben auch jetzt noch was passieren könnte. All das und mehr haben wir hier und heute im aktuellen Transferreport. Legen wir erstmal los mit der Zukunft von Nadiem Amiri. Er war ja ursprünglich für die kommende Saison bei Bayern Leverkusen fest eingeplant, nachdem er sich ja mit der Rotationsrolle unter Alonso auch eigentlich angefreundet hatte. Und es war ja sogar der Plan, dass sein Vertrag möglicherweise nochmal verlängert wird. Spätestens seit der Verpflichtung von Granit Xhaka plus auch der Offensivverstöckung von Jonas Hofmann ist aber klar, dass es für Amiri dann wohl doch im Mittelfeld zu viel Konkurrenz gibt. Und deswegen würde Leverkusen wohl auch dem ehemaligen deutschen Nationalspieler keine Steine in den Weg legen, sollte denn ein passendes Angebot kommen. Und wie Sport1 berichtet, gibt es auch dafür schon Interesse aus der Bundesliga. Denn der VfB Stuttgart und auch vor allem Werder Bremen sollen Amiri auf ihrer Wunschliste haben. Werder Bremens Trainer Ole Werner, der soll wohl ein großer Fan von Amiri sein. Und in Bremens Mittelfeld könnte ja noch ein bisschen was passieren. Nabi Keita ist natürlich dort der Königstransfer, fällt aber jetzt direkt mal längere Zeit aus und somit besteht da sicherlich noch Bedarf. Amiri ist da natürlich eine sehr interessante Option. Problem an der ganzen Geschichte ist aber eine mögliche Ablösesumme, denn laut der Deichstube ist eine Summe von 5 Millionen Euro im Gespräch. Ich persönlich glaube, dass die schon am Ende noch ein bisschen sinken wird, aber klar, so wäre Amiri auf jeden Fall deutlich zu teuer für Werder Bremen. Beim VfB Stuttgart ist man ja ohnehin auch weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern. Gefühlt auch für jede Position ist man durchaus bereit, was zu machen, wenn es wirklich passt. Wobei ich, wenn Amiri sogar eher noch bei Werder Bremen sehen würde. Aber vielleicht schafft er der VfB Stuttgart so viel Platz im Kader, dass es tatsächlich noch eine interessante Option wäre, Nadiem Amiri hinzuzuholen. Denn Sebastian Hoeneß plant ja aktuell mit Fabian Wohlgemuth die Mannschaft und im Trainingslager sind ja auch direkt mal vier Spieler nicht mit dabei, die den VfB Stuttgart verlassen sollen. Denn am Anfang der Woche hieß es, dass Gilles Diaz, Ömer Beyaz, Wahid Fakir und Momo Cissé den VfB Stuttgart verlassen sollen und deswegen nicht mit ins Trainingslager dürfen. Die vier Profis dürfen dann eben in Stuttgart individuell oder mit der Reservemannschaft trainieren. Mittlerweile ist ja auch bei diesen Vieren zumindest mal bei einem schon was passiert. Wahid Fakir wechselt ja auf Leihbasis zur SV Elversberg. Und ansonsten gibt es wohl auch schon Gespräche mit interessierten Klubs. Beyaz befindet sich wohl in fortgeschrittenem Gespräch mit Austria Wien. Dort ist ja Stuttgarts ehemaliger Interimstrainer Wimmer aktuell mit dabei, was die Kaderplanung angeht. Sprich, das könnte durchaus passen. Hier ist wohl auch wie bei Fagir eine Laie angedacht. An Diaz signalisiert ja wohl Aris Saloniki Interesse. Bei Momo Cissé gibt es Stand jetzt kein konkretes Interesse. Und wenn wir dann schon bei dem Wort Interesse sind, ist natürlich dieser Deal zwischen Hertha und Union Berlin mit Luka Tuzar vielleicht einer der vielleicht sogar interessantesten des Sommers. Denn was da alles dran hängt, direkt von Hertha zu Union zu wechseln, ist dann schon echt spannend. Erst recht beim Blick auf die Ablösesumme. Denn dass natürlich dieser Wechsel von Luka Tuzar von Hertha zu Union bei allen Hertha-Fans nicht gut ankommt, ich glaube, das dürfte selbsterklärend sein. Für Tuzar selber ist es natürlich eine Option, in der Stadt leben zu bleiben, wo er sich möglicherweise auch wohl fühlt. Und auf einmal Champions League zu spielen. Also aus Spielersicht kann ich das auf jeden Fall schon verstehen. Aus Hertha-Sicht ist das natürlich schon bitter. Und nach Bildinformationen fließt auch nur eine Ablöse von 3 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Zuvor war ja eigentlich die Rede von mindestens 6 Millionen. Und ich glaube, das wäre für alle bei Hertha noch mal ein deftiger Schlag. Denn klar ist, Luka Tuzar ist sicherlich, wenn dann noch wirklich derjenige, der bei Hertha immer alles probiert hat, alles gegeben hat und man vielleicht auch das Gefühl hatte, gut, wenn der geht, dann kriegen wir auch wirklich ordentlich Geld für ihn. Und jetzt gibt es ja 3 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. In Berlin bekommt Tuzar wohl einen 3-Jahres-Vertrag. Und wenn man dann mal zurückdenkt, dass die Hertha ihn ja 2020 für 25 Millionen Euro geholt hat, ist das natürlich schon wirklich krass. Klar, gehaltstechnisch ist er natürlich auch in einem hohen Segment mit dabei gewesen bei der Hertha. Da muss man natürlich dann eben auch was machen, wenn du in die zweite Bundesliga absteigst. Und trotzdem ist dieses Gesamtpaket des Deals, jetzt eben auch mit dieser möglichen Ablöse von 3 Millionen Euro, schon echt teilweise spektakulär, wo man eben auch dran sehen kann, was bei der Hertha in den letzten Jahren einfach schiefgelaufen ist. Schiefgelaufen ist bei Marcel Halstenberg in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich viel. Bei RB Leipzig war er in den vergangenen Jahren immer ein unfassbar wichtiger Spieler. Auf dem Platz mal mehr, mal weniger. In den letzten Wochen mal wieder mehr. Und trotzdem möchte er gerne in die zweite Bundesliga wechseln. Er möchte zurück zu Hannover 96. Und der Deal könnte wohl in dieser Woche auch offiziell werden. Denn wie die Wild berichtet, haben sich die 96er und RB Leipzig im Ablösepoker entscheidend angenähert. Zuletzt haben wir die Gespräche ein bisschen gestockt, weil Leipzig wohl auf einmal mehr Ablöse gefordert hat. Hannover habe wohl nun sein ursprüngliches Angebot in Höhe von 500.000 Euro für Halstenberg nachgebessert. Und damit ist auf jeden Fall klar, dass wohl nur noch letzte Details zu klären sind. Und mittlerweile, gestern Mittag, gab es dann die Meldung, dass Halstenberg auch nicht mit der Mannschaft aktuell dabei ist im Training, sondern für Vertragsgespräche freigestellt ist. Wenn ihr diesen aktuellen Transferreport seht, könnte es vielleicht doch schon soweit sein, dass die Halstenberg-Geschichte offiziell ist. Ich nehme das Ganze ein paar Stunden vor Veröffentlichung auf, weil es leider zeitlich nicht anders geht. Und trotzdem, und das ist natürlich dann auch das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, Marcel Halstenberg und Hannover 96, das wird immer realistischer und steht wohl auch mittlerweile kurz vor dem Abschluss. Vor dem Abschluss steht ja ein Wechsel von Wendel Colomuani weiterhin nicht bei Eintracht Frankfurt. Und mittlerweile scheint es wohl immer wahrscheinlicher zu sein, dass er tatsächlich bei der SGE bleibt. Denn der französische Angreifer steht zwar auf den Listen zahlreicher Top-Klubs drauf, wirklich konkret ist aber wohl aktuell kaum noch ein Interesse. Denn der FC Bayern, der will ja unbedingt Harry Kane haben. Man würde wohl nur im Notfall nochmal auf Colomuani zurückkommen, auch weil er eben unglaublich teuer ist. Bei PSG fokussiert man sich ja aktuell auf Dujan Vlaovic, sprich auch dort ist Colomuani nicht mehr ein so heißes Thema. Und zeitgleich versucht natürlich auch Frankfurts neuer Trainer, Dino Topmöller, ja Colomuani zumindest mal für eine weitere Spielzeit von einem Verbleib zu überzeugen. Und mittlerweile stehen die Chancen auch darauf gar nicht schlecht, weil eben auch Colomuani selber gar nicht mal abgeneigt ist, bei Frankfurt zu bleiben. Plus er natürlich noch Vertrag bis 2027 hat und Markus Krösche eine Ablöse in dreistelliger Millionenhöhe fordert. Und somit ist es wohl immer wahrscheinlicher, dass Colomuani bleibt. Es gibt wohl aber noch eine mögliche Option und das ist Manchester United. Denn die werden mal wieder von Sky ins Spiel gebracht. Ich denke mal, die wirtschaftlichen Möglichkeiten hätten sie, Colomuani zu holen, wenn sie denn wollen. Aber es ist aktuell zumindest mal nicht so, dass United konkret dran ist. Also die beobachten ihn weiter, sind wohl auch durchaus noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Aber es scheint auf jeden Fall gut möglich zu sein, dass Colomuani bei der Eintracht bleiben wird. Bleiben wird Robin Gosens in Italien wohl nicht, denn tatsächlich steht für ihn eine Rückkehr nach Deutschland immer mehr im Fokus. Und damit könnte er sich dem Traum von der Bundesliga nun auch tatsächlich erfüllen. Denn wie aus einem Bericht der WAZ und AZ hervorgeht, will der VfL Wolfsburg die Verpflichtung des Nationalspieler schon in den nächsten Tagen abschließen. Union Berlin war ja auch sehr, sehr stark an Gosens interessiert. Die ganze Geschichte hat sich schon so ein bisschen abgekühlt und nun scheint wohl Wolfsburg tatsächlich ernst zu machen. Wie lange die ganze Geschichte noch dauert, bis die ganze Geschichte fix wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber Gosens soll auf jeden Fall im zweiten Trainingslager der Wolfsburger mit zur Mannschaft stoßen. Und das ist am 31. Juli. Da ist auf jeden Fall der klare Plan, soll der 29-Jährige auf jeden Fall schon mit dabei sein. Vielleicht sogar schon ein Ticken früher. Mittlerweile wurde ja auch Wolfsburgs Interesse an Gosens öffentlich bestätigt. Und laut der WAZ und AZ lässt zwar eine finale Einigung noch auf sich warten, sie zeichnet sich mittlerweile aber auch ganz klar ab. Und somit kann man mittlerweile auch stark davon ausgehen, Robin Gosens wechselt in die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg wird wohl sein neuer Verein. Einen neuen Verein wird es für Emre Can nicht geben, denn der steht wohl nun auch kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. In der Rückrunde hat sich ja Can in den Fokus gespielt, war dort ein wichtiger Spieler unter Edin Terzic. Und nun winkt ihm eben auch eine mögliche Vertragsverlängerung. Laut der BILD könnte nämlich die Ausdehnung der Zusammenarbeit in Kürze dann auch offiziell werden. Denn die Beteiligten biegen wohl auf die Zielgerade ein. So die Worte der BILD-Zeitung, lediglich Details müssten noch geklärt werden, bevor eben dann endgültig Einigkeit herrsche. Im Raum steht hier eine Vertragsverlängerung bis 2026. Und damit natürlich auch der klare Plan, weiterhin auf Emre Can auf der 6er Position zu setzen. Es gab ja das große Interesse an Edson Alvarez. Am Ende ist der Deal ja nichts geworden. Eben auch, weil man Emre Can nochmal mehr Vertrauen schenken will. Und nun gibt es eben dann auch die Vertragsverlängerung. Während wir somit bei einem BVB-Profi über eine Verlängerung reden, gibt es bei dem anderen womöglich eine Vertragsauflösung. Und zwar bei Nico Schulz. Es ist natürlich ein jahrelanges Missverständnis, was da einfach ist und zwischen Schulz und Dortmund wohl auch nicht mehr positiv wird. Aber der BVB forciert zumindest mal, dass man das Kapitel schon jetzt ein Jahr vor Vertragsende beendet bekommt. Denn wie die Ruhrnachrichten berichten, gibt es aktuell Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des gemeinsamen Vertrags. Schulz hat ja noch ein Jahr Vertrag. Das soll sich aber schnellstmöglich ändern und das soll auch im besten Falle in den kommenden Tagen bereits passieren. Denn der BVB bricht dann zur Vorbereitungstour in die USA auf. Schulz ist ja aktuell ohnehin nicht mehr dabei, ist freigestellt. Und bis dahin möchte man das Ganze wohl auch geklärt haben. Und Schulz wird wohl eine Abfindungszahlung bekommen in Höhe von 8 bis 10 Monatsgehältern. Sprich einer Summe zwischen 3,6 und 4,5 Millionen Euro. Natürlich ist das immer noch unglaublich viel Geld. Aber es ist natürlich auch klar, du wirst für Nico Schulz keine Ablösesumme mehr kassieren können. Und dann geht es eben darum, das Finanzielle noch so gut wie es geht in Rahmen zu rücken. Man plant nicht mehr mit Nico Schulz. Er spielt keine Rolle mehr intern in der Mannschaft, im Verein. Und dann könnte man natürlich mit 8 bis 10 Monatsgehältern zumindest dann 2 bis 4 Monatsgehälter einsparen. Immerhin etwas, nachdem man natürlich schon 25 Millionen Euro an Ablöse verbraten hat, plus eben 4 Jahre lang Gehalt. Das ist schon wirklich ein Deal, der Dortmund glaube ich im Nachhinein extrem auch weiterhin noch wehtun wird. Weil das unfassbar viel Geld ist, was da verbrannt wurde. Viel Geld gibt es auch für den 1. FC Nürnberg. Denn die haben Quadwo Dua verabschiedet. Denn wir haben ja schon letzte Woche darüber berichtet und nun ist die ganze Geschichte auch gestern offiziell geworden. Für Dua geht es nach Bulgarien zu Dodo Goretz Rassgrad. Nürnberg kriegt wohl eine satte Ablöse von 2,5 Millionen Euro. Und das ist natürlich schon sehr viel Geld, weil man ja vor einem Jahr gute 700.000 Euro an den FC St. Gallen gezahlt hat. Klar, St. Gallen hat sich wohl eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Sprich von den 2,5 Millionen Euro werden sicherlich ein paar 100.000 Euro rüberwachsen. Aber trotzdem kann man sicherlich damit zufrieden sein. Und Nürnberg hat auch direkt mal auf den Transfermarkt wieder zugeschlagen. Das Geld durchaus genutzt. Denn Josef Hungbo wechselt vom FC Watford zum FC N. Ein 23-jähriger Flügelspieler. Mal gucken, inwiefern er Nürnberg weiterhelfen wird. Bleiben wir in der 2. Liga und reden über einen möglichen Transfer bei Schalke 04. Denn gestern wurde die ganze Geschichte von verschiedenen Medien berichtet. Timo Baumgartel steht vor einem Wechsel zu Schalke. Auch hier gilt nochmal die Meldung für mich an euch. Mittlerweile könnte vielleicht auch der Deal schon offiziell sein, wenn ihr das Video seht. Und trotzdem gibt es natürlich die Details, die unabhängig von Fix, Ja oder Nein, schon jetzt bekannt sind und sehr, sehr interessant sind. Denn Timo Baumgartel kennen wir ja alle aus der Bundesliga. Stammt aus der Jugend beim VfB Stuttgart. Hat dann bei der PSV Eindhoven gespielt. Und sich auch bei Union Berlin wirklich nochmal in den Fokus gespielt. Bevor er eben auch dann bedingt durch seine Hodenkrebserkrankung seinen Stammplatz eingebüßt hat. Und auch deswegen hat er in der abgelaufenen Saison, nachdem er wieder topfit war, ja nur achtmal gespielt, war damit auf jeden Fall unzufrieden. Und deswegen hat ja auch Union Berlin und er sich am Ende getrennt. Es ging zurück für ihn zur PSV Eindhoven. Aber auch dort ist er nicht wirklich eingeplant. Und nun wählt Baumgartel also den Weg in die 2. Bundesliga. Denn laut Sky steht der Wechsel auf jeden Fall kurz vor dem Abschluss. Zwischen Schalke und Baumgartel gibt es eine mündliche Einigung. Und, und ich glaube das ist das Interessanteste, Schalke wird Baumgartel ablösefrei bekommen. Sein Vertrag in Eindhoven, der noch ein Jahr läuft, der wird nämlich aufgelöst. Und somit sind nur noch letzte Details zu klären. Klar, Baumgartel wird sicherlich ein gutes Handgeld bekommen. Also ganz ablösefrei ist er nicht. Und trotzdem sicherlich ein richtig, richtig guter Deal für Schalke. Denn ein topfitter Timo Baumgartel und der ist seit einem Jahr topfit. Und dann eben noch mit bald regelmäßiger Spielpraxis wird Schalkes Abwehr, glaube ich, auf jeden Fall extrem weiterhelfen. Weiterhelfen würde den Bayern wahrscheinlich auch ein neuer Sechser. Und dort, ja, sonntiert man ja weiter in den Markt. Und es gibt ja das Gerücht um Schuameni von Real Madrid, was nun auch nochmal ein paar mehr Infos bekommt. Denn zuvor war ja die ganze Geschichte nur so ein bisschen aus dem Ausland berichtet worden. Und laut Sport1 steht der 23-Jährige tatsächlich auch ganz oben auf der Wunschliste von Thomas Tuchel. Eigentlich wollte man ja für die Sechser-Position sehr, sehr gerne Declan Rice haben. Da ist es aktuell ein bisschen ruhiger geworden, auch bedingt durch Konrad Leimer, die weiteren Zentral-Mittelfeld-Spieler. Aber man würde schon ganz gerne auf dieser Position was machen. Bei Aurelien Schuameni ist natürlich so, dass er wahrscheinlich, ähnlich auch wie Declan Rice, ein absoluter Top-Transfer wäre. Denn Schuameni ist 23 Jahre alt, hat noch weiteres Riesenpotenzial und trotzdem schon gezeigt, dass er auf höchstem Niveau funktionieren kann. Und die spanische Ass berichtet auf jeden Fall, dass Schuameni nicht planen würde, Real Madrid zu verlassen. Laut Sport1 sollen aber wohl schon erste Gespräche stattgefunden haben zwischen den Beratern und eben Bayern München. Schuameni sei auch einem Wechsel nach München nicht abgeneigt. Er heißt es angeblich aus seinem Umfeld. Wie gesagt, aus Spanien gibt es dann wieder andere Informationen. Und meiner Meinung nach ist diese ganze Geschichte auch eher unwahrscheinlich. Klar, viele reden immer wieder darüber, Real Madrid hat ein unfassbar starkes, aber eben auch volles, zentrales Mittelfeld. Da wäre vielleicht für Bayern was zu machen bei Schuameni. Am Ende muss man aber auch dazu sagen, dass halt auch er bei Real Madrid der einzig so richtige Sechser ist und man eben auch dort mittelfristig ganz klar auf ihn setzt. Und deswegen wird es, glaube ich, für Bayern hier sehr, sehr schwer, überhaupt eine reelle Chance zu haben, außer man legt richtig was auf den Tisch. Denn Real selber hat ja vor einem Jahr über 80 Millionen Euro für den Sechser an die AS Monaco gezahlt. Und klar ist auch, der Preis wird sicherlich nicht gesunken sein. Plus Real plant halt mit Schuameni auf jeden Fall ein Deal, der aktuell für mich noch sehr, sehr unwahrscheinlich scheint. Wahrscheinlicher könnte die ganze Geschichte aber dann doch noch werden, wenn im zentralen Mittelfeld ein bis zwei Spieler gehen, die man eigentlich als mögliche Stammspieler sieht. Und dazu gehört natürlich auch Leon Goretzka. Klar, es gab an ihm auch durchaus klare Kritik von Thomas Tuchel, dass man da schon auch deutlich mehr erwartet. Aber trotzdem ist er natürlich einer, der bei Bayern in der Nähe von der Startelf auf jeden Fall ist. Und bei Western United, da steht er auf jeden Fall auch ganz oben auf der Wunschliste. Das geht nämlich aus einem Bericht von Sky hervor. Die Hammers suchen ja nach neuen Mittelfeldspielern, erst recht nach dem Abgang von Declan Rice. Und Leon Goretzka soll wohl dort der klare Wunschspieler sein. Was natürlich für die Bayern interessant ist. Man fordert ja wohl zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Und West Ham wäre auf jeden Fall ein Klub, die das zumindest mal bezahlen könnten, wenn sie es denn wollen. Problem auf jeden Fall dann für die Engländer. Laut Sky will Goretzka die Bayern auf keinen Fall verlassen. Er will sich durchsetzen. Er blockt wohl auch sämtliche Wechselgespräche ab. Auch wenn er natürlich weiß, dass es für ihn weiterhin durchaus schwierig ist. Bei West Ham gibt es auch weitere Kandidaten für diese Position. Und trotzdem könnte es auf jeden Fall für Goretzka im Laufe des Transferfans noch ein Ausweg werden. Sollte es tatsächlich abzeichnen, dass man bei Bayern nicht zwingend mit ihm plant. Planen tun wir bei Bayern natürlich mit Joshua Kimmich. Und trotzdem gab es ja vorgestern die ganzen Meldungen, dass mittlerweile wohl klar ist, dass Kimmich nicht mehr unverkäuflich ist. Das war ja mal ganz anders. Bayern und Kimmich sind ja eigentlich eine Beziehung, die schon seit Jahren sehr gut funktioniert. Kimmich hat sich stetig weiterentwickelt. Ist mittlerweile oder soll zumindest mittlerweile eines der Gesichter von Bayern sein. Und trotzdem ist laut dem Kicker der 28-Jährige nicht mehr unverkäuflich. Unverkäuflich. Sprich, sollte ein Klub ein lukratives Angebot vorlegen, dann wären Bayerns verantwortlich auch durchaus bereit, mal da zumindest drüber zu sprechen. Klar ist aber auch, Thomas Tuchel plant ganz klar mit Joshua Kimmich. Vor allem auch er jetzt mittlerweile auf einer etwas offensiveren Position. Da könnte natürlich dann ein Schuerminé neben ihm sehr, sehr gut funktionieren. Wahrscheinlich aber auch erstmal dann realistischerweise ein Konrad Leimer. Und trotzdem ist die ganze Geschichte zumindest mal nicht ausgeschlossen. Denn vor allem auch der FC Barcelona hat wohl Interesse an Joshua Kimmich. Das ist jetzt alles noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Aktuell auch noch gar nicht realistisch. Aber sollte tatsächlich mal was reinflattern, dann ist zumindest mal ein Abgang von Joshua Kimmich nicht ausgeschlossen. Und somit war das der aktuelle Transferreport aus der 1. und 2. Bundesliga. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.